Übrig, und eine davon, die kommt direkt aus der Stadt Bern, aus dem Neufeld. Sie sind eine Multikulti-Truppe mit ganz vielen verschiedenen Nationalitäten. Liegt also auf der Hand, dass sie sich der International Crew nennen. Und hier sind sie, der International Crew aus dem Neufeld. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich kann nicht stoppen denken, dass diese Kinder, meine eigene Zeit, dass es eine große Unterschiede macht, wo du bist, wo du bist. Dass ich, eine dieser Kinder, in den Favelas in Rio leben kann. Ich kann ein Kind, in Somalia, oder eine Krieg in der Mittel-East, oder ein Beggar in Indien. Ich bin nur ein Kind, aber ich weiß, dass alles Geld, in der Krieg, was spent on finding environmental answers, ending poverty, and finding treaties. What a wonderful place this earth would be. I was good on my own, that's the way it was, that's the way it was. You was good on the love for a fatty fuck, I'm some fatty love. Shit, what the fuck you complaining for? Feeling jetting up. Used to trip off that shit, I was kicking to you. Had some fun on the run, though I'll give it to you, but baby, Don't get it twisted. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism. But we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the blood of the Crips, and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only need space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you're hating, you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love to set it straight. Take a toll on your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People giving, people dying. This is definitely the wickedest thing I've ever had in my life. Show off that body you got. You got your damn throat so hot. You working that. You checking that. You checking that. Like a block. Ain't nobody do it like I do it. When I do it, dog, I do it. Break it down. Break it down. Put your back into it. Man, y'all ain't ready for the shit I'm doing. Get up. Get up. Put your drinks down. Don't want y'all sloshin' your drinks out. All over that. Good cheek. Blouse. Ain't nothing but a scholar in it anyhow. Steal me. Steal me. How'd you change the sound? To the other one I had. Just swapped it out. Kept something in the background. Cause you know the sound. But you know it with the background. Come on, let her mama work the fuck. Let me make a play. I want to spend some money. Come on. I don't really like spending money. But you do what you do. I'm doing it. We even on your list of priorities. My dad always says, You are what you do, not what you say. Well, what you do makes me cry at night. You grown-up say you love us. But I challenge you, please, make your actions reflect your words. The International Crew aus dem Neufeld ist das gewesen. The International Crew, auch da, der Name, es liegt wahrscheinlich auf der Hand. Ich nehme an, ihr habt ganz verschiedene Nationen, die ihr unter euch habt, oder Jasmin? Ja, also, wir haben Tunesien, Schweiz, Spanien, Sri Lanka. Hallo! Wirklich mega viele verschiedene und das macht dich so individuell. So individuell, also ganz viele verschiedene Nationen, die man hier auf der Bühne hat. Ich habe leider weder Tamilisch noch Spanisch. Mais ich kann versuchen, es ein bisschen in Französisch, weil es gibt auch Leute, die sprechen Französisch parmi vous. Also, Mélène, Mélène, du m'as dit avant derrière la scène que vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour faire toute la choréographie. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous n'avez pas eu beaucoup de temps ? C'était assez spontané l'idée qu'on commence à créer un groupe de danse à l'école. Du coup, on a fini la choréo en janvier et toute la décision a été très vite. C'est qui qui a eu l'idée de commencer et puis de faire un groupe ? C'était Jasmin. Jasmin, alors elle à côté de toi. Et puis après, toutes ces décisions, c'est qui qui les a prises ? En fait, c'était vous ensemble ou bien aussi votre prof ? Ou bien comment vous avez fait ? Après, elle nous a demandé si on voulait créer un groupe et on a décidé qu'on était toutes motivées de faire. Et elle avait des contacts pour un prof. Donc après, ça s'est fait tout seul. Très bien. Merci beaucoup, Mélène. Merci beaucoup. The International Crew.